1000 Euro nebenbei verdienen. Wie das Ganze funktioniert, werden wir uns jetzt einmal mit einer seriösen Möglichkeit anschauen. Für diese seriöse Möglichkeit gibt es unglaublich viele Beweise im Internet und genau diesen Grund müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass diese Einnahmequelle nicht funktionieren können. So viel Geld nebenbei zu verdienen ist tatsächlich hier mit dem hier möglich. Das Ganze nennt sich Print on Demand. Das bedeutet im Klartext, ihr habt ein Design, ladet das Design auf der Plattform hoch und die Plattform selber druckt das Design auf gewisse Produkte drauf, verkauft das an den Kunden und jedes Mal, wenn euer Design gekauft wird, bekommt ihr dann eine kleine Provision. Und tatsächlich gibt es da Leute, die auch schon mit einem einzigen Design 5-stellige Summen im Monat generieren. Und das kann natürlich auch immer wieder vorkommen, dass ihr eventuell auch so ein Design erstellt, das völlig durch die Decke geht und dann bekommt ihr natürlich auch dementsprechend eure Einnahmen. Das wirklich Tolle daran ist, ihr könnt euch völlig kostenlos auf den Seiten registrieren und es gibt sogar eine kostengünstige Möglichkeit, um solche Designs erstellen zu lassen. Und keine Sorge, ihr braucht keine Fähigkeiten, um so etwas zu tun. Die Seiten werde ich euch natürlich alle mal, die ich hier erwähnen werde, unten in die Beschreibung reinpacken. Es gibt hier zum Teil einmal die Seite Spreadshirt, Redbubble und die Seite Amazon MBA, auf die ihr euch auf jeden Fall fokussieren sollt, denn diese drei Seiten werden euch die besten Einnahmen bringen. Es gibt natürlich noch viele weitere Seiten, auf denen man diese Designs publizieren kann, wie zum Beispiel Sessel, Society6 und viele, viele weitere. Und dort könnt ihr euch natürlich auch gerne anmelden, die Designs hochladen. Aber ich kann euch sagen, die werden euch wirklich nicht so viele Einnahmen einbringen, wie diese drei Seiten, die ich euch gerade eben vorgestellt habe. Aber keine Sorge, es gibt auch die Möglichkeit, mit einem einzigen Klick ein Design auf mehreren Plattformen zu publizieren. Das geht nämlich hier mit diesem Programm namens Flying Upload. Und dieses Programm kostet euch monatlich etwas. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr das wirklich ernst meint, dann wird es sich auf jeden Fall lohnen, sich dieses Programm zuzulegen. Wenn wir hier auf Pricing Upload draufgehen, dann sehen wir auch gleich, was das Ganze denn kostet. Also hier, wenn wir wirklich nur Flying Upload nehmen, kostet das günstigste Paket hier zum Uploaden 45 Euro im Monat, was man natürlich auch in einer gewissen Art und Weise von den Steuern absetzen kann. Aber hierbei die Anmerkung, ich bin kein Steuerberater. Das solltet ihr natürlich mit eurem Steuerberater klären, ob das Ganze hier wirklich von euren Steuern absetzbar ist. Natürlich sollte man nicht irgendwelche Designs erstellen, weil das wird in den meisten Fällen zu nichts führen, sondern man sollte natürlich hier auf gewisse Trends achten. Und das kann man mit dem tatsächlich kostenlosen Tool von MergeWatch machen. Packe ich euch natürlich auch mal unten rein und hier sehen wir links auf der Seite unter dem Reiter Watch bei den Trends hier die aktuellen Trends. Und was mir hier sehr stark aufgefallen ist, ist folgendes. Es gibt nämlich ein Design, was zum ersten super easy zu erstellen ist und zum zweiten sich extrem gut verkauft. Also ihr müsst wissen, diese ganzen Designs, die ihr hier seht und die einen sehr guten Bestseller-Rank haben, die machen locker alleine vier bis fünfstellige Summen völlig passiv jeden einzelnen Monat. Und hier etwas weiter unten finden wir die Designs auch schon, dass nämlich hier diese Designs hier, das ist einfach nur ein Text, ein Overlay drüber gepackt und das war es im Endeffekt auch schon. Also so einfache Designs machen auch tatsächlich vier bis fünfstellige Summen im Monat. Was ich euch hierbei nicht empfehlen würde, was ich jetzt hier gerade eben schon gesehen habe, ist folgendes. Hier zum Beispiel Fußballwappen draufzupacken oder irgendwelche bekannten Personen, bekannte Logos, das dürft ihr auf jeden Fall nicht und das kann auch zu einer Abmahnung führen. Wenn ihr das aber nicht tut und darauf achtet, dass ihr hier unter dem Reiter TMView immer wieder den Text, was ihr auf das Design draufpackt, eingebt, um zu prüfen, ob dieser Text in der Nizza-Klasse 25 vorhanden ist, dann seid ihr auf der ziemlich sicheren Seite. Es ist im Endeffekt auch ganz simpel zu erklären, ich meine gut, ich bin jetzt natürlich kein Rechtsberater, nehmen wir als Beispiel dieses Design, Limited Edition 1972 steht hier, das bedeutet, ich muss jetzt hier reinschreiben, Limited Edition 1972, gehe einmal auf die Suche und wie man sieht, kann ich jetzt hier nichts finden, das bedeutet, keine Marke ist eingetragen, heißt, ich kann dieses Design problemlos erstellen. Nun ist die Frage, wie erstelle ich solche Designs? Es gibt einmal die Low-Budget-Möglichkeit, wo man sich Geld spart und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, wo man sich Zeit spart. Also je nachdem, ob ihr Geld oder Zeit habt, könnt ihr das Ganze für euer Business anpassen. Die Low-Budget-Möglichkeit ist in diesem Fall Wechsels und da kann ich einfach erklärt, auf dieser Plattform nach gewissen Grafiken suchen und dank diesem Tool, was Wechsels besitzt, kann ich dann diese ganzen Grafiken zu einem T-Shirt-Design zusammenpacken. Wie meine ich das Ganze? Nehmen wir mal dieses Design hier, da hat die Person einfach nur hier diesen Vektor genommen, dahinter noch hier so ein Farbfeld gepackt, drüber noch Text geschrieben, hier drunter auch und schon hat sie ihr eigenes Design erstellt. Und ich kann euch sagen, gerade mit dem Tool auf dieser Plattform geht das so unglaublich schnell und ihr werdet so viele T-Shirt-Designs innerhalb von kürzester Zeit erstellen. Aber bitte nicht vergessen, hier auch wirklich schauen, was denn aktuell im Trend ist, dass man auch wirklich weiß, welche T-Shirt-Designs soll ich denn erstellen. Und kleiner Tipp am Rande, falls ihr euch hier wundert, warum ihr euch nicht mehr Trends anschauen könnt, das wird höchstwahrscheinlich daran liegen, dass ihr hier oben rechts euch kein Profil erstellt habt. Also einfach nur auf der Seite kostenlos registrieren und schon könnt ihr euch hier alle möglichen Trends anschauen. Der Preis von Wechsels, den können wir oben rechts aufrufen. Ihr seht, das ist auch wirklich gar nicht mal so krass teuer. Also hier sehen wir, okay, das kostet jetzt 20 Euro im Monat. Dafür kann ich hier 100 Designs pro Monat erstellen. Oder ich kann auch sagen, okay, ich möchte jetzt 200 Designs pro Monat gerne erstellen. Dann kann ich mich auch hier für dieses Paket entscheiden. Zum anderen, klar kann man sich natürlich auch Photoshop beibringen. Dadurch kann man natürlich auch deutlich vielfältigere und hochqualitativere Designs erstellen. Aber es ist natürlich auch so, dass es auch sehr, sehr viel mehr Zeit kostet, diese ganzen Designs zu erstellen, anstatt das hier mit Wechsel zu machen. Zu guter Letzt darf natürlich nicht die andere Möglichkeit fehlen, wenn man das Geld hat, aber nicht die Zeit dafür. Dann würde ich euch empfehlen, sucht euch hier auf der Plattform onlinejobs.ph einen Freelancer. Den stellt ihr Vollzeit für 300 Euro im Monat ein. Und der wird euch dann für 300 Euro, Pi mal Daumen, 100 Designs im Monat erstellen. Vielleicht findet ihr auch einen Designer, der euch mehr erstellt. Auf jeden Fall könnt ihr euch das dann hier folgendermaßen ausrechnen. Das ist natürlich nicht immer so, aber in den meisten Fällen, dass ich sage, okay, schau mal hier, 100 Designs haben wir. Dafür bezahlen wir 300 Euro. Und das würde ich jetzt hier mal 10 rechnen. Also ich stelle den Freelancer 10 mal ein. Dann bezahle ich 3000 Euro und habe 1000 Designs. So, und auf der anderen Seite kann man ungefähr geschätzt sagen, dass 1000 Designs, die man hochgeladen hat, im Monat ungefähr Pi mal Daumen 500 Euro bringen. Das kommt natürlich immer auf die Qualität an. Es kann natürlich mehr sein, aber es kann natürlich auch weniger sein. Die Rechnung hierbei ist folgende. Wenn ich das jetzt mal 6 nehme, also über 6 Monate, verdiene ich 500 Euro. Dann habe ich in ungefähr 6 Monaten diese 3000 Euro wieder raus. Und die ganzen anderen Monate, was ich dann noch diese 500 Euro hier verdiene, die kommen dann für mich natürlich positiv raus, wenn ich dann hier soweit den Freelancer mit einberechnet habe. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles nur Schätzungen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut wirklich, was aktuell im Trend ist. Schaut, dass ihr einen guten Designer findet oder richtig qualitative Designs erstellt. Und dann werdet ihr auch ziemlich sicher mehr als diese 500 Euro im Monat verdienen. Hier auf der Seite findest du noch eine weitere Geldverdienmöglichkeit. Danke und ciao, ciao.